Das ist das Finale 200 Meter der weiblichen Jugend U18. Da sind sie aus den Blöcken, das könnte ein wahnsinnig enges Finish werden. Diejenige mit den besten Vorleistungen ist Pauline Richter, startet auf der Bahn 5 für den 1. LRV Rostock. Und das ist auch genau diejenige, die hier als Erste auf die Zielgerade einbiegt. Aber kann die Konkurrenz das hier nochmal schwer machen? Am ehesten auf der Bahn 3, Luna Fischer. Aber Pauline Richter läuft hier ungefährdet zum Sieg, zum Titel über 200 Meter der weiblichen Jugend U18. Wir gratulieren der neuen deutschen U18-Meisterin nicht nur zum Titel über 200 Meter, sondern tatsächlich auch zu ihrem 17. Geburtstag. Die macht sich hier ein eigenes Geburtstagsgeschenk mit dem Titel 23,76 Sekunden ihre Zeit.